Ach so, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, ich bin Marco. Willkommen zurück. Ich bin gerade sehr glücklich und sehr inspiriert, da ich gerade ein tolles und inspirierendes Gespräch hatte mit meinem Mitbewohner. Und gestern hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe ein Computerspiel gespielt, das ich seit langer Zeit nicht mehr gespielt habe. Und ich habe es für euch aufgenommen. Ich nenne es Let's Play and Learn German. Lass uns spielen und Deutsch lernen. Ein Let's Play auf YouTube ist ein Video von jemand, der aufnimmt, wie er ein Computerspiel spielt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit solchen Videos sehr gut eine Sprache lernen kann. Da habe ich mir gedacht, ich mache ein Let's Play speziell für euch, speziell für Deutsch Lernende. Deshalb habe ich ganz viel kommentiert in diesen Videos und ich habe auch die Untertitel eingestellt und mir immer bis zu Ende angehört, was die Leute sagen. So könnt ihr sehr viel Deutsch bekommen. Und es ist auch so, dass ihr aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang euch erschließen könnt, was gesagt wird. Insofern wird es sehr viel Wert für euch haben. Insofern möchte ich euch ermuntern, euch diese Videos einmal anzuschauen. Ihr fragt euch vielleicht, ja, was ist denn das Gute an diesem Let's Play und was ist das Gute an diesen Videos? Ich lerne ja überhaupt keine Grammatik. Nun, die Sache ist die, du lernst ja schon Grammatik, dadurch, dass du mir zuhörst. Und die Methode, die wir hier benutzen, ist eine Methode, die von einem Sprachwissenschaftler erforscht wurde, Professor Stephen Krashen. Er hat herausgefunden, dass man am besten eine Sprache lernt, indem man ständig verständliche Inhalte bekommt. Wie jetzt zum Beispiel. Ich rede und du verstehst circa 50 bis 80 Prozent von dem, was ich sage. Und das ist die effektivste Methode, um eine Sprache zu lernen. Das ist der Trick an diesen Clips. Und ich möchte dich ermuntern, diese Clips auch öfters anzuhören, die öfters anzusehen. Denn dadurch lernst du noch mehr Deutsch. Dadurch verinnerlichst du die deutsche Sprache. Insofern hoffe ich, dass dir diese Erklärungen ein bisschen geholfen haben und du kannst gerne meine Let's Plays einmal ausprobieren und schauen, ob sie dir nicht auch total doll helfen. Das war's erstmal für heute. Viel Spaß beim Deutsch lernen und wie immer lerne Deutsch mit Leidenschaft.